So, servus, servus, hallo, Freunde und zwar es wird Zeit, zwei Wochen nach dem Ace Video Contest verkünden wir jetzt die Gewinner und zwar gibt es einmal 20 Euro zu gewinnen für die Leute, die gevotet haben in den Kommentaren hier für ihren Lieblings Ace. Da haben über 170 Leute mitgemacht, das finde ich super, das haben auch fast 5000 Leute schon das Video gesehen, das wird nachhinein bestimmt auch noch aufgerufen, also mal gucken, was das noch an Aufrufen bringt. Auf jeden Fall losen wir jetzt aus, 20 Euro der Gewinner des Kommentars und 30 Euro der Gewinner des Ace Video Contest und zwar hier, ich habe einen Helfer, der Swaggy hilft mir gerade und der Ardi, hier können wir hallo sagen. So, und zwar, wir haben ein Diagramm erstellt, so sieht es aus, das sind die Votes, man sieht eindeutig einen Gewinner, es war ein Kopfrennen zwischen dem Roten und dem Gelben, 58 für Gelb und 39 für Rot. Und zwar, wer ist was, das lösen wir jetzt auf, bam, so, gewonnen hat, Nummer Gelb ist hier oben der Koss, der Jan Koss hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch, 30 Euro Ace Video Contest 2016 gewonnen, nicht schlecht. Zweiter Platz war der Itz EMP Manu, ja, fand ich auch nicht schlecht, Platz 3 wäre gewesen, 17 war der Zen, oder? Ne, Zen war 2, das hat eine andere Farbe, das war der Knödeldödel, das sieht fast gleich aus, die Farbe. Der Knödeldödel war Platz 3, Platz 4 war 14, der Arcool mit seinen Störgeräuschen hat wirklich nur Platz 4 belegt. So, und zwar, wie machen wir das jetzt? Der Koss, den habe ich jetzt gerade mal angeschrieben, der ist gerade im Livestream, der spielt gerade H1Z1, ähm, oh, das Fenster können wir mal kurz mal aufmachen, hier, ich zeige es mal kurz. Der spielt gerade, der kommt aber gleich direkt danach, dann tun wir das eben live verkünden und seinen 30 Euro geben von Kinguin, unter dem Video hier findet ihr diesen Link von Kinguin. Diesen Schmandi 5 Quote gibt es nicht mehr, das war nur über dieses Ace Video Contest verfügbar, jetzt gibt es nur noch diesen Schmandi mit 3%, also, äh, 3% ist auch ganz gut. So, dann gucken wir mal, ja, dann machen wir an der Weile mal hier diesen Kommentar, und zwar gibt es ein geiles Garget, das hat mir der Zwecky hier zur Verfügung gestellt, kann man hier diesen YouTube-Link reinhauen, lade die Kommentare, so. Genau, jetzt können wir einen random Pickwinner machen, wir machen aber, Zwecky, wir machen den dritten, oder? Den dritten, den wir ziehen, der kriegt diese... Ist egal, wir machen einfach, äh, der dritte, komm, alle guten Dinge sind drei. So, ich trinke jetzt dreimal da drauf, und der dritte, wo da erscheint, hat diese 20 Euro gewonnen, so, Achtung. Tabadadam, Desiree Knack war Nummer 1, leider nicht, so, Achtung. Nummer 2 ist, äh, Doppelagent, der hat für die Nummer 7 gewordet. Also, Nummer 7 fand ich nice. So, Achtung, wenn ich jetzt dreimal klick, haben wir den Gewinner, diese 20 Euro. Tabadadam! Boah, der Bear Zero voted für die Nummer 8, die war am besten. Herzlichen Glückwunsch, Bear Zero, bitte melde dich bei mir, komm auf dem Teamspeak vorbei, du hast die 20 Euro gewonnen, die kriegst du dann von mir. Da gibt's einen Code, dann löst du direkt bei Kingo hinein, äh, dann hast du deine 20 Euro. So, jetzt warten wir nur noch auf den anderen, auf den, äh, Herr Koss, der, äh, die 30 Euro gewonnen hat. Bureau Zero, kann ich das jetzt irgendwo irgendwie anklicken und dann seh ich das? Ach, der hat sogar einen YouTube-Kanal hier. Ja. Nicht schlecht. Können wir mal machen. Videos hat er keine. Playlist hat er zwei. Kanal Info. Hm. Er ist seit 2013 auf jeden Fall dabei. Ah, da können wir ihm mal eine Nachricht schicken. Kannst du mal. So. Servus, du hast die 20 Euro beim Ace Video Contest 2016 gewonnen. Bitte melde dich bei mir per Steam oder komm direkt auf ts3.schmandi.de vorbei und hol dir deinen Kinguin-Gutschein ab. MFG. Schmandi. So. Senden. So. Ich hoffe, er liest's. Wenn nicht, wenn ihr ihn kennt, schreibt ihn doch einfach mal an, bitte, und sagt ihm Bescheid. Ähm, so. Machen wir nochmal das Diagramm auf. Wir warten immer noch auf den, äh... Oh, er ist... Er ist gestorben, also er... Er ist in der Eingangsalde, so. So, willkommen in meinem Video, Jan. Machen wir mal, alles gut bei dir. Äh, ja, danke dir. Ähm, wir sind jetzt gerade auch live bei dir im Stream, gell? Ja. Also, dann grüß ich mal alle hier auf dem Stream und dann unterstützt den Jungemann mal. Du hast übrigens die beste Bewertung im Ace-Video-Contest geschickt gehabt, äh, also so. Echt? Ja, das war... Du warst der Einzige, der das richtig schön geschrieben hatte, ja. Nur mal so nebenbei erwähnt. Ist mir aufgefallen. Äh, du hast gewonnen, ja? Ich mach gerade das, äh, Gewinner-Video. Herzlichen Glückwunsch, dass du 30 Euro Kinguin-Gutschein gewonnen, ne? Ey, das ist geil. Hehehe. So, warte, jetzt muss ich das kurz raussuchen. Die haben mir das geschickt. Äh, du kriegst... Das ist so ein Code, den löst du dann ein. Am Warenkorb, glaub ich. Jetzt musst du gucken, das ist dieser Code. So, ich schick's dir privat. Bam. Am besten testest du es gleich. Wäre cool, wenn du vorher meinen Link noch aufrufst, weil, äh, ich hab davon auch noch was, wenn die Leute meinen Link benutzen, ne? Nutzler kann ich machen. Also, äh, und dann guckst du immer, was, 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 was willst du dir holen? Einen Kisten, oder was, oder? Äh, ja, wahrscheinlich. Ja, testest es halt. Es wäre halt cool, wenn du jetzt gleich testen würdest, weil dann wissen wir gleich, ob es funktioniert, oder dass die Leute, dass, dass, dass ich dich auch nicht verarsche, oder dass die Leute nicht verarscht werden, das ist mir ganz wichtig. Ah, kann ich auch Beiträge dazu finden? Vielleicht geht das auch so. Ja, du kannst die Euro-Balance vielleicht einfach hinzufügen. Das muss, muss man kurz testen, ob das vor uns... Ja, diesen anderen haben wir auch gerade ausgelost, der Bear Zero, der hat gevotet für, was hat er gevotet gehabt? Für dich sogar, glaube ich. Echt? Ah, cool. Für die Acht. Warst du die Acht? Ja, das war dir. Ja. Ja, einer, der für dich gevotet hat, hat auch noch 20 Euro gehalten. Kennst du den, den Bear Zero, wer ist das? Ja, Bear Zero, das ist ein Typ, mit dem ich quasi fast Counter-Strike angefangen habe. Kannst mal gucken, ob der gerade da ist, und dann kannst du ihn mal reinholen. Dann kriegt er seinen Gutschein gleich. Aber schreib ihm nicht, dass er gewonnen hat, schreib, kannst du mal ganz dringend kurz kommen. Das ist ja cool, dass der Überraschungseffekt noch da ist, dann freut er sich vielleicht. Freunde, das ist alles live hier. Wir sind im Livestream und im Schmandi-Video. Doppelt gemobbelt. So, was wäre, jetzt kann sich jemand grüßen, ist der Doppelton. Nee. Nee. Freunde, ihr könnt übrigens auch mal www.schmandi.de slash gamble eingeben. Da habe ich eine Auflistung der Gamble-Seiten, wo man mit Freecoins spielen kann. Die wird jetzt demnächst auch nochmal überarbeitet. Ja, für Eddie. Das ist das hier. Ist er das? Ich habe ja... Ah, das ist er. Da ist er? Gut. So, warte. Bios. Servus, du bist live on air und live bei mir im Video. Hi. Nicht erschrecken? Alles klar? Ja. Wir sind gerade auf deinem YouTube-Kanal. Du hast die 20 Euro gewonnen bei dem Ace-Video-Contest. Kommentare. Aha. Aha. Du hast da mitgemacht und da war, wer einen Kommentar macht und für einen voted, konnten wir 20 Euro gewinnen. Hast du das nicht gewusst? Nee. Du bist quasi genötigt worden vom Calls, dass du für ihn votest. Du wusstest gar nicht, dass du was gewinnen kannst, oder wie? Ja, ich wurde genötigt. Nein, ich wusste es nicht. Okay. Dann müsstest du noch viel schöner. Das ist eine doppelte Überraschung, ja? Hast du was Gutes getan für einen Freund gewotet und bist dann noch belohnt worden, ne? So ist es doch am schönsten. Ich schicke dir diesen Code. Und zwar, wenn du auf den Banner klickst, hier im Teamspeak öffnet sich schmandi.de, unten ist das Kinkuin verlinkt. Da gibst du diesen Gutscheincode in den Warenkorb ein. Wäre cool, wenn du meinen Link benutzt, weil dann kann man das zurückverfolgen, dass es von mir kommt. Weißt du? Ich schicke dir diesen Code hier. Der Code ist 20 Euro wert, ja? Also den gibst du dann einfach im Warenkorb ein. Ich habe auch in meinem YouTube-Kanal ein paar Case-Openings, da siehst du auch, wie alles funktioniert. Ja, da kannst du jetzt 20 Euro Skins kaufen, Spiele kaufen, H1Z1, was du willst. Und wenn du den Gutscheincode Schmandi noch dazu eingibst, hast du nochmal 3% weniger Kosten. Mach ich mal Monitoraufnahme. Aber der Kost wird dir bestimmt helfen, falls du es nicht checkst. Alles klar. Ja, schön, gut. Jetzt haben wir das hier. Habt ihr noch irgendwas zu sagen, oder? Ich kann noch sagen, 2017 gibt es es wieder. Ich überarbeite gerade meine schmandi.de Homepage. Ich versuche das, dass das über die Homepage direkt man sich anmelden kann. Das wäre cool und sich da direkt die Datei schicken kann von einem Ace. Es haben sogar schon Leute ja ein neues Ace geschickt für 2017. Also 2017 gibt es es definitiv wieder. Dazu kommt aber noch ein externes Video. So, dann bedanke ich mich für alle, die mitgemacht haben. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Keine Ahnung. Habt einen Kostag noch was zum Abschluss. Jo, dann bedanke ich mich für allen, die für mich gewartet haben. Und Grüße gehen raus an Schmandis Zuschauer. Und ja. Gut. Okay, Freunde. Dann bis dann. Hau da rein. Tschüss.